Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Man reichte ihm zum Vorlesen das Buch des Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und damit ich den Gefangenen die Befreiung verkünde. Er spricht gut. Das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, hat sich heute erfüllt. Das Schriftwort hat sich erfüllt? Das Versprechen kann nur der Messias erfüllen. Woran sollen wir das erkennen? Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Und ihr werdet sagen, tu so große Wunder in deiner Heimat, wie du in Kafarna umgetan hast. Das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Durch diese Worte gab sich Jesus als den Messias zu erkennen, von Gott gesalbt und gesandt, um sein Volk zu erretten. Aber diese Juden wollten ihn nicht als den Messias erkennen. Sie wollten ihn den Abhang des Berges hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Das war schon. Vielen Dank.